Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, Survivalist mit der lieben Sirag Mori. Hallo. Ich muss ganz kurz überlegen, wie das Spiel nochmal heißt. Ja, ich muss hier gerade die Blueprints nochmal neu setzen. Die wurden entfernt, als ich das Spiel, als ich die Session verlassen habe. Was hast du gerade gemacht? Ich habe deine Füße gegossen. Ach, deswegen ist es da so schön, ey, ist so schön gefrischt, ja. So schön, ey, so schön, erfrischt. Gefrischt. Oh. Der grillt wieder jemand. Du riechst aber irgendwas. Du und deine Nase, ey. Ich habe heute, glaube ich, auch noch nicht so viel gegessen, fällt man gerade so ein. Ich war ja erst im Wien, dann war ich zu Hause, da habe ich dann meine Serrano-Schinkenbrötchen gegessen. Dann habe ich irgendwie so ein halbes Stündchen gepennt, bis die Firma unten im Hof gemeint hat, sie müsste da Rasen mähen. Und seitdem, doch ein Eis habe ich gegessen. Ja. Ansonsten war da nichts. Ich brauche dann ab heute erst mal was noch zu Abend, auch wenn wir schon 8 Uhr haben. Ich kann gar keine Kiste bauen. Warum? Weil ich noch nicht mehr die erste Kiste gelernt hatte. Okay. Ah, du hast kein Ding jetzt gebaut, ne? Kein Lagefeuer. Das wollte ich genau. Mach mal weiter Holzpaneele hier. So. Oh. Holzi, holzi, holz. War aus Falscher. Was sind da? Was machst du denn schon hier? Mist bauen. Ja, ich, ich merks. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ja, ich dachte, du müsst hier selbst bauen, ja? Ja, klar. Jetzt guck, jetzt gibt er. Mal Platz da. So, jetzt kann ich auch die andere bauen. Yay. Ja, da baust du erst Eisen für. Aber ich kann eine... Oh, ne, die Werkbank kann ich jetzt bauen. Yay. Juh. Oh. Ah. Wie. Ich könnte einen Tisch bauen. Hoi. Hoi. T-t. So. Nö, 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 nö. So. Ich komme leider nicht mal an die andere Kiste ran, weil du die zugebaut hast. Schäm dich. Wenn ich Zeit habe. Essen! Ah, lecker. Wo rennt er denn jetzt hin? Konntest du doch wegmachen. Hä, was wollte ich wegmachen? Ah, die Kiste konntest du wegtragen, ja? Ja, ja, die kannst du immer aufheben und kannst du rumtragen. Ah, okay, guck mal. Wir haben einen Tisch. Du hast ihn gebaut. Ja, gut gemacht. Ah, schön die Füße auf den Tisch legen. Nimm doch eine Axt. Das geht schneller. Ein Schläger ist dafür nicht sonderlich gut geeignet. Das ist so wie bei Minecraft auch. Ja, ist ja gut. Mensch. Oh, ich habe kein Holz. Ich habe jetzt Holz. Das ist schön für dich. Ich kann auch eine Türe bauen, aber dafür brauchen wir Eisenerz. Was soll ich jetzt die Steinplatten eigentlich gebaut? Ja, keine Ahnung, was du machen wolltest. Gieß. Ich weiß es auch nicht. Gieß. Ich glaube, die sind schon gegossen. Die verändern nämlich die Farbe nicht. Fahr auf, mich zu gießen. Jetzt habe ich mit einer nasse Hose. Ja. Ja, ich habe jetzt in die Hose gepullert wegen dir. Ja. Mensch. Mensch. Was? Pullerst denn die Hose in die Hose? Selbst dann schuld. Ja, mein Gott, ne? Ich bin halt mal sehr empfindlich. Wenn du mir die Füße nass machst, dann drückst du halt die Blase. Kann ich auch nichts für. Also, Bären haben jetzt genug. Bären hätten jetzt genug. Was haben wir genug? Bären! Deswegen brauchst du mir nicht ins Ohr zu schreien. Näh! Doch! Weil du mich sonst nicht hören kannst. Oh, viele Bären, ja. Palim, Palim? Ich habe Glas... Ah, nee. Quatsch. War ein Stein. Auge. Du hast ein glares Auge. Ein klares Auge. Ja, ein glares Auge. Ich habe ein klares Auge. Ich habe sogar vier klarer Auge. Okay. Ja. Ich brauche zwei davon. Ich habe... Oh nein, ich habe keinen Stein. Oh nein, ich habe keinen Stein. Ich habe Glas hergestellt. Oh nein, das ist unfein, denn ich habe keinen Stein. Oh, eine Glasschüssel. Edelsteine. Die werden voll die Rezepte, die ich nicht lernen darf. Das ist doof. Wieso die du nicht lernen darfst? Du musst das bloß machen. Ich wüsste nicht mal, wie ich überhaupt nichts mache. Ja, wenn du eine Steinplatte gemacht hast, dann kannst du Glas machen. Ah. Warte. Dazu brauche ich Sand. Das ist ja allerhand. Und Kohle. Oh, ich habe noch Kohle. Cool. Kohle. Du kannst auch im Lagerfeuer Kohle herstellen. Ich will nicht arbeiten. Der Affe gibt gar nicht mehr hinterher. Ach, da muss ich was tun. Ach, vor allem nicht. Hier ist auch zu tun. Auf. So. Da muss er kochen. Da muss er backen. Da muss er... äh, 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 spritzen, wollte ich gerade sagen. Stimmt aber nicht. Ah, klasse, Kascher. Höh, äh, 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 äh. Lä, 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 lä. Hai! Schab-Hunge! Nö. Da ist deine Wasserflasche. Trink die. Erst die. So rum. Und das geht sogar. Hast du es gehört? Ja. Ich habe jetzt irgendeinen Buff gekriegt davon. Was ist das jetzt hier? Lichtquelle. Oh, guck mal, ich könnte eine provisorische Laterne bauen. Das klingt doch interessant. Jo. Das mache ich mal. Ape hat eine neue Stufe erreicht. Magst du auch eine Flasche Wasser haben? Ich will erst mal meine Fackel wiederfinden. Die Fuh-Hackel. Ah, so ein angenehmes Lüftchen. Guck. Da. Guck. Bitte. Oh, was ist das? Eine Glasflasche mit einem Elixier. Gewährt Immunität gegen Gift. Gegen Gift. Äh, Fleisch. Ach, da brauche ich, da brauche ich Paprika, wollte ich gerade sagen. Klar, ich brauche Paprika. 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 Ich brauche noch, hast du noch Kokosnüsse irgendwo rumliegen? Ich hatte welche hier in die Kisten getan. Ja, nur wo mal wieder, ne? Ja, bei den Nahrungen, wo denn sonst? Da sind aber keine drin. Ja, aber welche rein. Dann hat mich so vielleicht schon genutzt. Möchlich. Möchlich. Wo kann ich jetzt diese Lichtquelle hin tun? Die musst du einstecken, aber die musst du anklicken und dann bist du erleuchtet. Die musst du einmal benutzen. Tada! Yay! Die kannst du nicht hinstellen, das ist keine Laterne. Die musst du mit dir rumtragen. Ich dachte, wir haben zum irgendwo hinklatschen. Nope. Äh, raf. Bald labern die da unten. Keine Ahnung, ich höre es nicht. Ich drehe dir gleich den Arsch, Alter. Bild doch selbst den Arsch. Das war wieder so eine typische Gossensprache hier bei mir. Ich glaube, nicht mal die Gosse spricht so. Ja, glaube auch. Nein, ich brauche schon wieder Holz. In der Kiste ist Holz. In der Kiste ist Holz. Holzi, holzi, holz. Oh, der braucht ein Werkzeug. Das Werkzeug ist kaputt. Auf Neues. Jetzt muss ich Holz opfen. Ja. Nein. Ja. Doch. Ja. Eine Bombe würde ich gerne bauen können. Die hatte man, glaube ich, auch an der Werkbank. Ja, da war ich auch ganz überrascht. Früher hast du für diese Höhlen keine Bomben gebraucht. Wo hatte ich denn die Bombe gesehen? Wo war das denn? Oh, ich weiß das nicht mehr. Du wolltest Türen bauen. Ja, dafür brauchen wir Eisen. Dafür brauche ich mir eine Bombe erst. Hä, Quatsch. Dafür müssten wir zu einer anderen Insel fahren. Die sehr gefährlich sind. Okay. Fahr du schon mal. Ich bleibe hier sitzen. Ja, natürlich. Weil ich da auch alleine hinfahre. Wir haben nicht mal eine Art Möglichkeit, überhaupt drüber zu fahren. Ja, wir müssen halt mal ein Floß bauen. Fangen schon mal an. Ja, dann hau rein. Nee, du. Ja, warum ich? Du, das ist dein Spielstand hier. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich das machen kann. Ja, dann musst du halt weiter kraften. Und irgendwann kriegst du das Ding ins, wo du das Ding ins bauen kannst. Aber ich würde trotzdem gerne mal zu diesem Typ hier gehen. Ja, das können wir machen. Oh, Alter. Der Wind. Oh, schön. Willst du nicht den Affen mitnehmen wieder? Du kannst den auch mitnehmen. Ist ja deiner mit. Immer muss alles ich machen. Warum ist das überhaupt ein Let's Play, wenn ich mal alles ich machen muss? Ich vergesse, wie ich den Affen auf dem Aufruf bin. Mit Q gedrückt halten, Affen anklicken und mitnehmen. Hämmerische. Das ist, glaube ich, egal. Jetzt gegenstatt werfen, folgen. Genau. Und am besten dann noch, haben wir noch irgendwo eine Karheule. Dass der Kunde... Ich würde gerne noch eine bauen. Ja, die sind irgendwie fast kaputt, alle. Ich versuche dir den Hintern. Ah. Läuft. Das falsche. Der will eine Banane. Du winkst und der will eine Banane. Ah, ja. Ja, guck mal. Ah, okay. Wie gebe ich denen nochmal das... Da. Warte, Hämmerchen tue ich mal in hier die Truhe. Okay. Mein Pfeil und Bogen ist fast hinüber. Na? Ich hab nochmal alles mit dabei. Diesmal müssen wir uns auch daran halten, dass wir auch da in die... Folgern wir überhaupt noch? Jetzt folgt er dir wieder, ne? Ja, weil ich hatte gerade einen Befehl gegeben. Ach so. Deswegen ist er mir wieder hinterher. Die Trollen sind schon wieder da. Ja, ja. Die kommen mit dem Blutmond auch wieder zurück. Halt, warte. Ist doch hier, oder? Da ist der Topf. Ja, dass die da hinmal Topf ist. Ich hab ein Gewölbe entdeckt. Oh, guck mal. Das hier, ne? Ja. Oh, ich wollte dich rein. Ich wollte dich rein. Ja, passt schon. Lass mal gucken. Okay. Äh. So, Obacht. Viecher ist eventuell. Ach, da brauchen wir Spurhitzhacke. Oh, ich wollte dich auch nach oben. Nö. Ah. Soll ich irgendwas machen? Drück, äh, hau mal auf die, auf die Zahnräder unten. Ja, sehr gut. So, Obacht, da kommt jetzt Viech. Da kommt er schon. Au. Äh. Au. Niep. Ja, das ist natürlich toll, wenn du ein Millimeter zu weit weg bist. Jetzt aber. Juhu. Da ist ein Affe wieder. Ja. Und eine Kiste. Kiste. Affi. Schrauben. Äh, Dings. Hä? Oh, ein Speer. Kann ich den Affen ein Speer geben? Ja. Warte. So, Klub. Er hat ein Speer. Ja. Das war's. Ja, du musst den wieder mitnehmen. So. Ich glaube, das braun ist mir und blau ist, glaube ich, dir. So, und das war's schon. Ich dachte, die werden größer, die Dinger. Ja, es gibt noch viel größere Labyrinthe. Aber das ist eher winzig. Gigantisch winzig. Hallo. Was will er denn? Oh, Seile möchte er haben. Da kriegen wir ein Segel. Will ich den nur noch? Äh, Unkraut. So, hab schon drei. Will ich den auch ansprechen? Ist das auch für mich? Oder muss ich den auch drei machen? Oh, da kommt ja, da kommt ein Dings. Ja, da kommt ein Hirschli. Oh, Entschuldigung, lieber fahrende Händler. Fleisch! Ah, ich muss selbst die drei Seile machen. Ja, natürlich musst du die selbst machen. Ich hab keinen Platz mehr. Dankeschön. Ja, warum hast du jetzt meine... So, hab's abgegeben, ne? Guck mal, ich kann eine mysteriöse Truhe kaufen. Ja. Ach, ist das ein Rezept gewesen jetzt, oder was? Ich dachte, wir kriegen das Segel selbst. War aber scheinbar nur ein Rezept. Darf ich die mal mir kaufen, oder muss ich die... ...was kaufen? Ich hab eine mysteriöse Truhe. Oder soll ich da lieber warten mit der Kohle? Äh, ich glaube, mit der Kohle kaufen wir sowieso nur diese komischen Schlüssel oder so. Bedenke aber, dass in diese Truhe ich nicht ran darf. Die ist nur for you. Ja, die mysteriöse Truhe für 500. Ich hab 960. Weiß gar nicht, zählt das auch für mich, das Geld? Weiß ich nicht. Geh mal raus. Ich kann nicht mit dem quatschen, wenn du mit dem quatschst. Warte. Hier ist doch irgendwas mit 5, glaube ich, gewesen. Ich will nur gucken. Ich will ja nichts kaufen. Ich weiß halt nicht, wo man das Geld... Ich hab 680. Also aber nicht das gleiche. Okay, ja, dann kannst du kaufen. Dann kaufe ich auch noch einen. Yay. Kiste. Flomp. Ja, äh... Ja, mit... Nicht aufmachen, sondern hochheben. Genau. Yay. Und die können auch zum Beispiel Affen tragen, ne? So Kisten. Kannst du auch Affen zu tragen gehen. Guck. Wenn er mal stehen bleiben würde, das Mistvieh. Oh, das geht gar nicht. Auch hier. Guck. Hä, bei mir geht das nicht. Da kannst du das wahrscheinlich mal wieder nur du machen. Ich muss mein Scheißdreck selber tragen. Da musst du an einer gewissen Stelle stehen bleiben bei dem... Da spiel in der Truhe. Ah, Hilfe. Warte. Ich kann sie gerade nicht... Das ist kein Platz. Alter, ich häng hier irgendwo fest und komm nicht durch. Ist er tot? Nee. Ups. Wie er einfach so kackenfrech an uns vorbeiläuft und wir einfach zu dumm zum Treffen sind. So, jetzt aber... Mann, Mann, Mann. Guck mal, wir haben hier den halben Wald gerodet, weißt du? Ja. Oh, ist das schön, dass mit dem... Mit dem Leer einfach gedrückt halten und durchmarschieren, weißt du? Ha, ha, ha. Ja. Früher musstest du... Deine Kiste? Ja, Moment. Früher musstest du alles einzeln mit der Leertaste aufheben. Da standst du teilweise stundenlang da, bis du Ende mal alles aufgehoben hast. Ja, wir waren beim Händler. Ich habe nur noch ein Zeichen, wo ich noch hingehen wollte, irgendwann mal. Und das ist wo? Ziemlich weit weg, deswegen irgendwann. Ich sehe hier keine Markierung mehr. Warte. Äh, das kann ich ja wegmachen. Na, da. Okay. Erstmal einsortieren alles. Ich kann deine Kiste nicht öffnen, hast recht. Ja, sag ich ja. Ich kann deine nicht öffnen, du kannst meine nicht öffnen. Was ist deins? Ich habe meins. Alle sind glücklich. Genau. Das heißt, in meine Kiste kommt jetzt alles rein, was man essen kann. Okay, viel Spaß. Oh, ich habe einen Knochen. Ich stecke ihn dir durch die Nase. Nee. Ich bin doch, ich bin doch kein Eingeborener. Nee, du bist ein Zweigeborener. Ja. Ich bin ein Zwilling. Ja. Verdammt. Da. Ich muss leider schon was in die andere Kiste rein tun, weil kein Platz ist. Oh, du musst gießen. Ich war auch erst ein Gießen. Du musst dabei gießen. Die sehen ausgetrocknet aus. Ja, ich mache. Ich habe mir diesen kalten Typ, den du mir an die Tür gehämmert. Wer wird mir das ganz gut meine Kinder hören, also nicht wundern. Ja? Ja, hallo? Hey, hallo? Ein Schwein. Gute Nacht. Habt dich lieb. Gut zu spielen. Gute Nacht. Schlaf, gut Römer schließen. Ein Mikrofon, nicht dran rein, drumrum spielen. Nee, muss nicht. Gute Nacht. Schlaf, gut. Traum war schönes. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Morgen. Nee, bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht, Gelb. Ich auch. Gute Nacht. So, auf. Zähneputzen. Hush, hush. Die Freude des Zähneputzens. Was ist denn? Ein Fleischwolf. Zumindest. Ah, aber Fleisch, was geholfen wird. Zumindest sowas ähnliches. Warum konnte ich das jetzt bauen? Weil ich, weil ich ein Feld gebaut habe und danach ein Apferleime. Und dann wurde der Fleischwolf freigeschaltet. Ah ja. Ungefähr. Ich kann auch noch was anderes. Ja, warte. Oh, das kann man eigentlich da hinsetzen. Ich bin so oft, dass du die Sachen selbst nochmal machen musst. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ich bin so oft, dass dein Fleischwolf in den Mülleimer geht. Ja, das ist immer für, wenn es viel Überschuss gibt. Äh, was wollte ich jetzt? Mach's bauen. Ja, das weiß ich. Oh, was war das nochmal? Ach ja, genau. Hatte ich irgendwo meine Wasserflasche hingeknallt? Ach, du hattest die, glaube ich, ne? Hatte ich dir die nicht gegeben? Die Wasserflasche? Ich hab nur mein eigenes Wasser, hab ich jetzt hier, ja? Ja, das meine ich ja. Du hast meine Wasserflasche. Trink die mal leer und gib mal her. Ich will nichts trinken, ne? Du musst aber, ne? Ich will aber nicht, äh. Oh. Wollte ich jetzt eigentlich auch nicht machen, aber egal. Äh. Immer dieses, dieses zwanghafte Trinken müssen. Ja, sonst. Sonst verduschtest mir ja noch. Jetzt hab ich Fieber, danke. Hä? Warum hast du jetzt Fieber? Ich hab einen Fieberthermometer bei mir oben. Ach so, ja, du hast, das ist wahrscheinlich irgendwie so Temperaturregelung oder irgendwas. Welche Idee hab ich jetzt Fieber? So. Nur weil du wolltest, dass ich eigentlich dein, dein, dein Suftwasser da drauset trinke, wieder in deinem Schweißwasser. Wir haben einen Fischteich. Haben aber keine Fische. Ne, da müssen wir welche fangen. Dann viel Spaß. Ich kann jetzt sogar ein Wasserspiel bauen, so wie es ist in Japan. Wir waren mit diesem Bambusrohr da, weißt du? Oh, kein Bambus. Bambus. Gibt's erst auf einer anderen Insel, leider Gottes. Wir haben aber kein Boot. Nipp. Das haben wir doch nischt. Ich muss auch noch ne Gießkanne bauen erst. Ey, du da. Ey, Affe. Lern mal. Erstmal schwer überlegen. Ja. Guck mal. Mir dauert halt sowas ein bisschen. Ah, du hast mal den Speer genommen. Ja. Ein Megasper. Ja. Dankeschön, Affe. Knochenfüllen. Knüchelis. Wir bräuchten noch mal diese Holzplanken. Ja, dann hau rein. Wieso, ich? Ja, du brauchst sie doch, ne? Ich. Du hast es dir noch hier hingesetzt. Und ich hasse es halt, Blutplans hier rumstehen zu haben. Das hasse ich. Ich bin ja schon dabei. Wie viel brauchst du denn? Ich hab zwei gefunden und drei brauch ich noch. Und mein Affe arbeitet für dich. Das ist ja geworscht. Hauptsache er schafft. Na? Na? Was schreist denn du so? Meine Nase hat gejuckt. Und deswegen schreist dein Sohn so. Ja. Das muss. Wenn du meinst. Das muss so. Das galt nur so. Ich hab jetzt alle drei. Ich brauch doch auch noch für unsere Holzbarriere. Lass es liege, du. Mein Holz. Alles misch. Okay. Oh, Palin. Salome versucht zu schlafen. Immer dieses Schlafen. Ja, wir haben nämlich schon 31 Minuten. Immer dieses Geschlafe da, ey. Meine Fresse. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau. Tschüss.